Hallihallo und weiter geht's mit ReadyKill. So 38 ist unser Rekord. Gucken ob wir das überbieten können. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, das war ganz schön derbe schon. Ah, das hat schon das erste Mal geknallt. War mal ein bisschen leiser und probiert einfach nochmal. Schön vorausschauend zocken ist ganz wichtig hier bei der App. Jetzt hat sie kurz gehackt. Bitter. 14. Müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was reißen, um hier den Rekord zu verbessern. Mal gucken. Geht auf jeden Fall gut ab. Nein! Gut, 31. Oh no, wollen wir nicht. Probieren wir das einfach nochmal. 38 ist unser Rekord. War 31 ja nicht so verkehrt. Aber war schon ganz schön heftig, ganz schön schwer. Nein! Komm schon! Alter, der Name, der passt auf jeden Fall zur App wie die Faust aufs Auge. Ist auf jeden Fall radikal. Boah, Alter, der war richtig knapp. Haben wir uns gerade so noch vorbeigeschummelt. Nein! Ey, das ist zu krass, ey. Echt? No! Probieren wir das nochmal. 25. Gucken, ob wir die 38 noch irgendwie knacken können. Ah, das wird natürlich ein harter Brocken. Nein, 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 nein. Ehen mal probieren wir das noch und dann werden wir sehen. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr für einen Rekord zur Zeit am Start habt hier. Würde mich interessieren. Meiner ist ja wirklich noch nicht so dolle. Euer mit Sicherheit schon ein bisschen derber. Schreibt mal in. Würde mich, wie ihr seid, interessieren. Wäre eine coole Geste von euch. Oh, bitter, bitter, bitter. Probieren wir trotzdem nochmal. Ehe eine Chance nehmen wir uns noch. Und dann werden wir sehen, ob wir packen. Okay. Ich halte jetzt mal kurz meine Schnauze, dass ich mich ein bisschen konzentrieren kann. Alter Scheiße, jetzt hätte ich rechts rum gehen müssen. Aber cool, wir haben auf jeden Fall einen neuen Rekord am Start. 48, richtig, richtig Hammer. Freut mich. Schreibt mal, wie ihr seid, in die Kommentare, was ihr für einen Rekord habt. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.